Es gibt keine Mitarbeiter. Mit allen Kollegen, mit denen ich rede, der findet auch keine Mitarbeiter. Es gibt keine am Markt. Stimmt das? Das ist eine Ansichtssache. Es gibt Betriebe, die finden nie Mitarbeiter, weil sie immer denken, es gibt keine Mitarbeiter. Es gibt nichts am Markt. Ja, aber was ist das für ein Denken? Ich gehe ja davon aus, dass es keine gibt. Ja, aber wie soll ich dann welche finden? Also das ist ja komisch. Ich sähe in meinem Acker Weizen und möchte aber Gerste ernten. Ich gehe davon aus, es gibt niemand, aber ich brauche jemanden. Ich sollte finden. Das kann ja nie funktionieren. Ich müsste da umstellen von Mangel auf Fülle. Wenn ich davon ausgehe, es gibt mehr als genug Mitarbeiter am Markt. Und das gibt es auch. Das ist auch die Realität. Es gibt mehr als genug Leute, die arbeiten und auch arbeiten wollen. Auch in der Branche, in der ich sie suche. Wenn ich davon ausgehe, dann habe ich den richtigen Samen in der Hand. Dann werde ich sie auch finden. Durch Möglichkeiten mit Inserat oder ich werde ihnen begegnen. Oder durch Arbeitsmarktservice oder solche Dinge. Ich werde dann Mitarbeiter anziehen. Weil wir leben immer noch in einem Zeitalter, wo das Gesetz der Resonanz funktioniert. Aktion, Reaktion. Das, was ich aussende, das ernte ich dann auch. Die Frage ist nur, was sende ich aus? Sende ich aus, es gibt da Fülle an Mitarbeitern oder sende ich aus, es gibt niemanden. Und genau dementsprechend werde ich auch meine Ernte einfahren. Und darum, es gibt mehr als genug Mitarbeiter am Markt. Die Frage ist nur, warum begegne ich ihnen nicht? Bin ich als Arbeitgeber vielleicht zu unattraktiv? Kann ich daran arbeiten? Aber das ist eine andere Geschichte. Grundsätzlich gibt es mehr als genug Mitarbeiter am Markt. Die Frage ist nur, warum ziehe ich sie nicht an? Habe ich den falschen Samen in der Hand? Gehe ich von was Falschem aus? Gehe ich vom Mangel aus? Und wundere mich dann, wenn ich Mangel ernte? Es gibt mehr als genug Betriebe, die haben eben genug Mitarbeiter. Ziehen sie an. Und wenn jemand ausscheidet, kommt gleich ein neuer nach. Und manche Betriebe haben sogar eine Warteliste. Also grundsätzlich davon ausgehen, es gibt mehr als genug. Es gibt eine Fülle. Dann lebe ich in der Fülle und werde auch diese Fülle erleben. Selber. In der Praxis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017